Musik Am 8. Dezember war es wieder soweit. Die Max-Eid-Schule lud ein zum Aktions- und Infotag. Interessierte Schülerinnen und Schüler aus der Region kamen mit ihren Lehrern, um sich über das vielfältige Ausbildungsangebot unserer Schule zu informieren. Die Fachbereiche öffneten ihre Türen und gaben Einblick hinter die Kulissen ihrer Ausbildung. Die interessierten Gäste erhielten Informationen über die Voraussetzungen, Inhalte und Zukunftsperspektiven der einzelnen Studien- und Berufsmöglichkeiten. Der Aktions- und Infotag der MES bot darüber hinaus auch viel Unterhaltung und Aktionen zum Mitmachen an. Viel genutzt wurde das Gespräch von Schüler zu Schüler, um sich über unsere Schule zu informieren. Der Aktions- und Infotag ist somit ein wichtiger Bestandteil im Veranstaltungskalender der Max-Eid-Schule. Musik 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 Musik